Wir haben jetzt die Chance mal das neue Street Fighter 5 auszuprobieren, aber irgendwie fehlt mir der Mitspieler. Michael, machst du mit? Da muss ich jemand anders finden. Hey, mach mal Platz da, geh mal rüber. Ich freue mich hier raus. Das wollen wir erst mal sehen. Du spielst klassisch die Frau, oder? Also wenn du Ryu als Frau empfindest, dann würde ich sagen, das ist hier ein Videospielgeschichte verpasst, aber das macht nichts. Ich werde dich jetzt zu hauen hier, zu kleistern, mit Pflegen, mit Punches, mit deinem Denkvermögen so ein bisschen auf die Sprünge legen. Dass du den ganzen Tag schon geübt hast, um diese Situation zu bestehen, das wollen wir jetzt mal an der Stelle verschweigen. Das ist dein Schicksal jetzt. Du spürst es. Psycho-Power, ja, das ist... Psycho kann man höchstens irgendwo in andere Gegenden, aber auch, was ist das denn? Ja, dann bist du jetzt überrascht. Ziemlich, ja. Ach, du Kacke. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen. Eiei, 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 eiei. Hey, was war das denn? Wir haben dich nicht getroffen. Das war aber sehr knapp. Das war ziemlich knapp. Das war nicht knapp, das war... Das war sehr knapp. Oh. Ow. Oh. Was war das denn? Das ist die Stelle, wo du merkst, dass du verlierst. Ah, Moment, Moment. Ich hab doch mal was. Zwei dicke Argumente unter dem Gürtel, das sind meine fetten Beine. Also hat das Üben doch was gebracht. Ja, ein bisschen was. Möchtest du eine Revanche haben? Ja, gerne. Okay. Andere Charaktere? Ja. Was das schön ist? Nein. Dass der Grafikstil immer noch behalten wurde, dieses leicht Comic-mäßige. Das stimmt, ja, was heißt leicht. Es ist sehr Comic-mäßig, aber... Stay-Shady-Look oder sowas. Ja, das stimmt. Die Modelle sind viel detaillierter geworden. Der ganze Stil, dieses leicht gezeichnete auch bei den Moves, was dann rauskommt, die Effekte. Das ist teilweise wie so eine geschwungene Feder oder sowas. Das ist immer noch... Allerdings ist halt der Unterschied zum Vierer jetzt auch nicht irgendwie bahnbrechend. Es spielt sich sehr, sehr gleich. Das stimmt. Aber warum sollen wir gute Dinge auch großartig verändern? Ja. Aber das finde ich schon nicht verkehrt. Vor allem ist es schon ein kleiner Sprung. Also so ein bisschen... Es ist noch so ein bisschen knackig das Ganze. Ein bisschen direkter, ein bisschen schneller und es sieht einfach feiner aus. Also die Animationen haben das auf jeden Fall in der Schippe zugelegt. Und vielleicht noch ein bisschen abgefahrene Charaktere. Ja. Wobei man das jetzt nicht schlecht sagen kann, wenn wir mit Ryu und Chun-Li spielen. Ja gut. Wir haben jetzt eher so die Standard-Kiste ausgepackt. Ja. Ja. Eieieieiei. Okay jetzt muss noch ein bisschen was. Etwas kommt, zum Beispiel sowas hier. Das war allerdings ein bisschen knapp. Aber das soll ja auch spannend sein. Ich zeige was passiert jetzt. Und was. Eine Strategie ist wild auf die Knöpfe hauen. Richtig? Oh jetzt hast du dich ablenken gelassen von dieser sexy Animation. Da dachte ich gerade das Spiel wäre vorbei. Moment. 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 Das ist ein richtig Kombo, oben, oben und unten. Aber es steht da als 1. Also, letzte Runde. Der Verlierer gibt einen aus. Der Verlierer gibt einen aus. Okay. Aber natürlich kein Alkohol. Ach so. Und jetzt mit Cranberry Saft? Ja den gibt es da vorne kostenlos. Den gebe ich dir dann aus. Oh oh. Ah. Fazit, es macht Spaß, aber man braucht hier auch so coole Arcade-Sticks, Joyboards, wie auch immer. Damit man das richtige Spielhallen-Feeling zu Hause hat, aber es geht natürlich auch mit dem Controller wunderbar. Ja, zumal auch der neue Microsoft Controller ist ja da am Start schon, Elite Controller, der hat ja extra so einen Knüppel, mit dem man gut früher spielen kann. Die Paddles. Es wurde ja sogar vielfacher gezeigt, nicht? Ja, ja. In Verbindung mit dem neuen Xbox Controller, aber es geht auch natürlich auch so. Also, das ist natürlich so das Lenkrad des Rennspiels, beziehungsweise Lenkrad des Rennspiels. Die Creme de la Creme für Beat'em Ups und dabei belassen wird. Ja, Street Fighter macht einen guten Eindruck. Es gab jetzt nur sechs, sieben oder acht Charaktere zu spielen. Es werden allerdings noch viel mehr und vor allem neue und insofern, man kann damit rechnen, dass das, was schon gut war, jetzt noch ein Stückchen moderner und besser wird. Das auf jeden Fall, ja.